Nähe des Geliebten ist ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, das im Jahr 1795 verfasst und ein Jahr später in Friedrich Schillers Musen einmal nach veröffentlicht wurde. Das Werk wird der Epoche der Weimarer Klassik zugeordnet und ist eine Kontrafaktur des Gedichts Ich denke dein von Friederike Brunn, das 1795 von Johann Heinrich Woss gedruckt und von Karl Friedrich Zelter vertont worden war, in Halt. Die vier Strophen lauten Form und Entstehung. Bei dem vierstrophigen Gedicht handelt es sich um Rollenlyrik, in dem das lyrische Ich sich in die Situation einer Frau versetzt. Die sich nach dem Geliebten sehnt, in der vierzeiligen Strophenform werden die Paare durch Kreuzreime miteinander verbunden. Die Verszeilen von sehr unterschiedlicher Länge, in denen Jambische 5 und 2 Heber mit jeweils weiblicher und männlicher Kadenz enden, stehen in einer Tradition, die Ewald Christian von Kleist mit seinem Lied eines Laplenders begründete. Als Goethe im April 1795 bei Gottlieb Hufeland Zelters Vertonung hörte, sprach ihn die Musik sofort an, motivierte ihn zu einer eigenen Dichtung und führte zu einer langen und einflussreichen Freundschaft mit dem Komponisten. Während sich in der Liebesklage der populären dänischen Schriftstellerin Friederike Brunn gefühlt Spathos mit empfindsamer, bisweilen sentimentaler Gedankenlyrik verbannt, milderte Goethe den getragenen Ton und die Leidenschaft ab, kürzte die elf Strophen des Vorbildes auf hier und formte das Gebilde prägnanter durch.